Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Pateraport und Zykluscoach. Nächstes Mal wieder im Vlog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir mal wieder das schöne Thema Dating, Progression, wie ich das immer nenne, und Kontinuität. Also es gibt ja die vier Zeichen einer gesunden Dating-Entwicklung. Das ist, glaube ich, eins meiner wichtigsten Videos, was eigentlich viel mehr geguckt werden müsste. Ich blende das auch nochmal ein. Und drei Punkte, die wir heute besprechen, ist eben Progression, Kontinuität und Intimität. Das sind alles drei Sachen, die hier radikal verletzt werden in diesem Dating-Prozess und auf die man einfach achten muss. Also wenn du auch solche Fragen hast, kannst du bei einem Formular auf libysche.de anstoßen. Und vielleicht gibt es heute auch noch den Code. Ich packe den notfalls nochmal hier drunter. Ich weiß nicht genau, wann ich das hochlade. Also da gibt es Valentinstag und heißt Valentinstag 20 für 20% auf meine Kurse. Hallo Christian, erstmal vielen Dank für deine Videos auf YouTube, die ich seit langem verfolge. Durch deine Tipps habe ich mir auch schon sehr viel erspart. Allerdings dann doch nicht bei dem Mann, um den es gerade geht. Ja, die Tests dauern immer ein bisschen länger, als man so denkt. Bin seit zwei Jahren Single und online, online, auf der Suche, aber sehr zurückhaltend. Hatte letztes Jahr nur drei Dates, weil mir so selten jemand gefällt. Da sage ich jetzt schon mal gleich vorab, weil ich habe die E-Mail schon mal einmal reingeguckt. Dann frage ich mich, warum dir gerade der gefällt. Das frage ich mich dann aber, weil da müsstest du nochmal gucken, ob du nicht die guten, sage ich mal, aussortierst. Dementsprechend date ich auch nie parallel oder ähnliches. Besagten Mann hatte ich auch, ja die Frage ist ja nicht, ob du nicht parallel datest, sondern um die anderen. Das ist ja die Frage immer bei sich selber. Hat man es ja im Griff oder macht es gar nicht. Besagten Mann hatte ich auch online kennengelernt und nach kurzem Schreiben auch getroffen. Beim ersten Date fand ich ihn unglaublich unterwürfig. Ja, da geht es eigentlich schon los. Warum, also ich kann euch nur immer raten, super streng zu sein im Online-Dating. Super, 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 super streng. Und wenn sowas schon ist, unterwürfig ist schon, dann lieber mehr Leute treffen, wirklich. Weil vielleicht überzeugen euch auch Menschen auf dem Date, die ihr sonst vielleicht aussortiert hättet. War mir auch unsicher, ob er mir optisch gut gefällt. Da sind schon zwei Sachen, wo ich mich frage, warum dann weitermachen. Also warum, das passt für mich auch nicht zusammen, wenn du sagst, Date ist nur Menschen, die dir gefallen. Und was gefällt dir ja dran? Wollte das zweite Date, welches durch seinen Druck, das ist schon der nächste Punkt, ne? Druck. Warum? Also wir sind noch nicht mal bei den Punkten jetzt mit Kontinuität und so. Aber das sind für mich schon, das sind Red Flags. Also da müsst ihr schon längst einsteigen, so, ne? Weiß nicht, ob du auch mal in meinen Datingkurs reingeguckt hast oder so, keine Ahnung. Kannst du mir, also ganz ehrlich, ich verstehe diesen Satz nicht. Ich verstehe ihn nicht. Er gefällt dir nicht und deswegen bist du intim mit ihm. Mensch, ey, verkauf dich doch teurer und, weiß ich nicht, oder schlaf mit jemandem, der dir wirklich gefällt. Also da ist jetzt nichts von wirklich roten Flaggen konsequent umsetzen, sondern, ey, ich habe keine Ahnung, warum du jetzt mit ihm schläfst. Ich weiß das wirklich nicht. Und nur, um rauszukriegen, wie jemand ist, sollte man nicht mit jemandem schlafen, weil wenn er schon so viel dagegen spricht, ja, da hängt man immer gleich wieder mehr drin, wieder mehr Bindungshormone und das sollte man nicht machen, wirklich. Wollte eigentlich nur knutschen, aber er fiel regelrecht über mich her. Ja, aber sorry, du bestimmst, wo deine Grenzen sind, ne? Ja. Gut, aber ich meine, war ja jetzt, äh, wollte das ja dann beide scheinbar, aber da musst du dich schon fragen, warum, ne? Ähm, klar, ich meine, es ist alles menschlich immer, ne? Aber, äh, okay, jetzt kommt hier, ich war körperlich ebenfalls ausgehungert und habe mitgemacht. Gut, ja, kann so sein, ähm, ja, da könnte man jetzt noch so einen Seitenast aufmachen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht, aber ich meine, ich denke, je mehr man so ein nice, geiles Leben hat und auch so körperlich ausgeglichen ist und der Körper, ähm, auch seelisch ausgeglichen ist und, äh, seelisch satt ist, ähm, also man sollte, meiner Ansicht nach, aber, ich meine, ich bin jetzt keine Frau, ne, ähm, sollte man nicht, äh, als Mann auch nicht mit jemandem Sex haben, weil man ausgehungert ist, sondern weil der einem gefällt, so, ne, und wenn man ausgehungert ist, gibt's vielleicht andere Möglichkeiten, äh, sich da ein bisschen zu entspannen und, ähm, würde ich nicht mit jemandem, also ich würde nicht mit jemandem, ich würde dir raten, also man macht natürlich allen möglichen Quatsch, wissen wir, ich würde raten, nicht mit jemandem zu schlafen, mit dem man nicht schlafen will, egal wie ausgehungert man ist, ne? Ähm, ähm, ich fand das Ganze aber bereits komisch, ähm, vor allem, weil er mit, äh, weit über 50 so dermaßen standfest war sexuell. Weil, ja, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, aber ich kann dir da folgen, auf jeden Fall, weil, ähm, ich war, ich hab mir schon beim ersten Mal lesen gedacht, worauf das hinausläuft, ähm, dass er vielleicht so ein bisschen ein Thema hat mit, äh, Sexsucht irgendwie, und dann, weiß ich nicht, sich unter Umständen, äh, irgendwie pimpt vorher, ne, keine Ahnung und, äh, dann nie genug kriegt und ich weiß nicht was und, hm, also ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, ne, das, äh, ist auf jeden Fall klar. Ja, mir war das zu viel, viel zu viel, meine Bitte ist aber doch nun gut sein zu lassen, hat er nicht wirklich respektiert und spielte, während ich versuchte zu schlafen, die ganze Zeit an sich selber rum. Ähm, ja, das, äh, ich hab tatsächlich beim ersten Durchlesen sofort gedacht, hat er vielleicht ein Thema mit Sexsucht, weil das, ob Mann oder Frau, wäre das so ein, äh, typisches Zeichen, ohne das jetzt irgendwie, wie soll ich mal sagen, äh, hier verklemmt drüber zu kommen oder so, aber, hm. Aber natürlich solltest du dafür sorgen, dass deine Wünsche respektiert werden, ne, da muss man jetzt, glaube ich, nicht drüber reden, ja. Ähm. Ähm, am nächsten Morgen hat er sich dafür entschuldigt, hab mich dann nochmal breitschlagen lassen, weiterzuschauen. Keine Ahnung, warum. Gleichzeitig meinte er aber, dass ich gerne auch mit anderen, mit anderen Männern schlafen dürfe. Was heißt das übersetzt? Kleine Aufgabe für euch. Das heißt, ich schlafe mit anderen Frauen und, äh, Commitment kannst du von mir nicht erwarten, ne. Nichts anderes heißt das. Ist sehr im Trend, ich hab jetzt auch mal mit jemand gesprochen, neulich, ähm, der so in den Zwanzigern ist, der sagte auch, Mensch, ist bei Frauen auch ganz oft so, Männer auch, wie viel dieses, ähm, einfach mal kennenlernen, zwei, drei Dates, dann geht's weiter, kein Commitment. Ist vielleicht so ein bisschen neuer Trend, wo man sich vielleicht drauf einstellen muss, keine Ahnung. Ich war vollkommen perplex und meinte, ob er gerne noch mit anderen Frauen schlafen wollte. Ja, gute Frage. Das verneinte er und sagte, ja, also das ist eine, also, ich vermute zu 99,8 Prozent. Hab ja keine Glaskugel, aber ich vermute, das ist eine glatte Lüge. Ähm, ja, warum soll man sowas sagen, äh, nicht? Er hat so schlechte Erfahrungen beim Online-Datty gemacht mit Frauen, die es nicht ernst gemeint hätten mit ihm, dass er mir anfangs diese Option offen halten wollte, um sich zu schützen. So, also, weil er jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hat und Frauen es nicht ernst meinen, deswegen sagt er jetzt gleich, du musst es auch nicht ernst meinen. Das ist wieder so eine Aussage, die in sich komplett sinnlos ist und da geht's jetzt schon los mit der, ähm, Kontinuität, ne? Also, das ist einfach, ähm, also da ist schon jetzt keine Kontinuität drin, das soll sich ja aufbauen. Man schläft zusammen, es wird immer cooler. So, jetzt habt ihr zusammen geschlafen. Und da kommt so eine Aussage. Außerdem ist das auch, äh, keine Intimität, weil das ist eine sehr distanzierende Aussage, ne? Ähm, so, ersuche was Festes. Ja, das ist, ich meine, das ist schon fast Gaslighting, keine Ahnung, wobei der jetzt hier nicht so egozentrisch rüberkommt. Der kommt mir ja so fast so ein bisschen, äh, plusbohlig, toxisch vor, irgendwie. Ähm, die Kamera stellt immer wieder scharf, aber müssen wir jetzt durch. Ähm, hab hier keine Ahnung. Ähm, also, weiß nicht, hört sich echt, da hört sich mich auch sehr an nach diesem typischen, also zugegebenermaßen sehr dick aufgetragen, aber ist das einfach der übliche Online-Dating-Scheiß, ne? Muss man einfach sagen, ne? Ähm, aber wie gesagt, das, denke ich hier, ist, ähm, ja, so eine Art vielleicht Pluspol Gaslighting, ähm, weil das macht einfach keinen Sinn. Da sucht was Festes und sagt dir, äh, du kannst mit anderen Männern schlafen, das macht, das ist Irrsinn. Also ihr müsst nach solchen Sachen, dass die einfach keinen Sinn machen, ne? Und keine Kontinuität haben, das heißt, nicht aufeinander, oder keine Konsistenz, könnte man auch sagen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, welche Begriffe ich da mal im Video benutzt habe, müsst ihr euch mal angucken, ich hab das hier auch verlinkt. Äh, also keine, keine Konsistenz, es ist nicht zusammenhängend, es geht nicht voran, es, äh, die Intimität wird nicht mehr, das sind die Sachen, auf die ihr achten müsst, wobei hier ist so eine, so ein Red-Flag-Parade, äh, gut, da können wir auch tausend andere Gründe finden, warum man das nicht machen sollte, aber gut. Ähm, nach dieser Nacht hatten wir tags darauf noch WhatsApp-Kontakt, wo er plötzlich meinte, wir könnten auch nur Freunde sein. Ja, ja, wieder totale Diskontinuität, wieder, äh, keine Progression, also das ist, ich meine, er schmeißt es dir aber auch echt, hallo, Kamera, er schmeißt es dir aber auch echt ins Gesicht hier, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Und du bist angehalten, darauf zu reagieren, also er, er wedelt dir quasi eine rote Flagge nach der anderen ins Gesicht und ich weiß nicht, vielleicht bleibst du drin, weil du denkst, was ist mit dem los und ich muss es rauskriegen, also dieser Kontrollverlust, das ist manchmal auch der einen drin hält, das könnte ich mir jetzt vorstellen, natürlich, Liebeschip, dass man irgendwo, äh, keine Ahnung, liegt da auf deinem Liebeschip, aber, aber ehrlich gesagt, von außen, ich weiß, von außen ist es immer viel leichter, da haben wir alle schon super viel Scheiße gebaut, ich auch, muss man aber schon sagen, es ist, also gerade wenn du sagst, du bist eigentlich picky, also ist das so eine Abfolge von schlechten, ähm, Dating, soll ich mal sagen, Dingen, die hier passieren, das ist, also, ich weiß nicht, da könntest du irgendwie, fast blind irgendwie in die Tinder-App rein drücken und hoffen, dass da jemand Bisseres ist, ohne Scheiß, also da musst du echt gucken, dass du genau auswählst, ne, wirklich, ähm. Aber ist auch, äh, muss ich sagen, als das letzte Mal auf Tinder war, einige Jahre her, ähm, ist das exakt der Grund gewesen, wo ich dachte, ich habe darauf einfach keinen Bock mehr, weil das so im kleinen Maße habe ich das auch erlebt, also dieses totale Hin und Her und dann Feuer und Flamme und drei Stunden später nicht mehr und dann drei Stunden später wieder und, aber das hier ist schon auch echt, ist einfach total krass, ist einfach, einfach nur, einfach nur weglaufen, wirklich. Worauf ich meinte, dass ich keinen Kumpel suche und wir den Kontakt an der Stelle besser beenden sollten. Also du sagst durchaus richtige Sachen, nur du handelst nicht drauf, ne, du schmeißt den nicht raus aus deinem Leben, ne, also das ist halt schon, was man sagen sollte dann. Ähm, und, ja, du endest es halt nur nicht, ne. Dann ruderte er aber wieder zurück und wir trafen uns weiterhin. Nach ein paar weiteren Dates bekam das Ganze dann auch den Stempel, feste Beziehung, aber ich kann jetzt schon sagen, selbst wenn ich die E-Mail jetzt nicht vorgelesen hätte, könnte ich jetzt schon sagen, da kann nur Mistbar rauskommen, weil das absolutes Chaos ist und so, wie, wie so eine Sache anfängt, so geht es ja auch weiter, ne. Deswegen, das ist dann nicht aufgelöst, weil, nur weil er jetzt sagt, feste Beziehung, das ist vorher absoluter Irrsinn passiert. Wie soll sich das jetzt ändern, eben plötzlich, ähm, was Stabiles, ne. Er hätte mir am liebsten gleich seine Kinder vorgestellt, ja. Also das ist wirklich so ein, so ein Pluswohl-Toxic hier irgendwie. Äh, hei, 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 hei. Schickte mir Bilder und Videos von ihnen, bombardierte mich weiterhin mit Nachrichten und Aussagen, wie sehr er mich vermisst, ich die schönste Frau sei von allen und so. Ja, man darf ja auch bei Lovebombing und so, darf man nicht immer an Egoisten und Nazisten denken. Es ist einfach so ein bisschen problematische, teils manipulative Dating-Technik, so, ne. Auch das mit den Kindern kennenlernen, war mir viel zu früh, ja, ob wir es lieben. In diesem Punkt habe ich auch meine Grenze gehalten und dass ich gesagt habe, dass ich das frühestens in ein paar Monaten möchte, falls die Beziehung sich halt stabiler weiß. Wiederum, der richtige Text, nur bis hierhin ist schon so viel missbasiert. Trotzdem war die ganze Zeit, in der wir zusammen waren, einige Wochen, äh, war er, war ich absolut unsicher. Ja, kein Wunder, weil er bietet ja null Sicherheit. Also, er ist ja total instabil in seinem Verhalten und die Frage ist nur, warum guckst du dir das an, ne? Warum, das ist wirklich mein Rat, immer viel früher rauszugehen und dann triff lieber mehr Leute, weil offensichtlich, äh, wenn das jetzt öfter sowas passiert, hast du jetzt gesagt, das ist nicht öfter passiert, aber, äh, vielleicht pickst du dir doch manchmal die Falschen raus und dann wirst, glaube ich, besser mehr rauszupicken und lieber nach dem ersten Date mal weiterzugucken, aber der wäre eigentlich, ähm, wäre das schon nach dem ersten Date schon ein Fall gewesen für, äh, löschen, ne? Muss man ganz klar sagen, ne? Das ist jetzt auch keine Wertung über diesen Mann, vielleicht hätte er mit jemand anders, wäre es anders gewesen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum er so ist, ich glaube auch nicht, dass er das irgendwie bewusst macht oder so, aber, ähm, ja, ist einfach so, ne? Und, also, wäre nach dem ersten Date eigentlich schon nichts mehr gewesen wegen deiner Reaktion auf ihn, ne? Ich meine, die krasseren Sachen sind da ja später passiert, aber, wenn du gleich sagst, boah, der ist unterwürfig, der ist zu viel, der ist zu doll, ähm, ähm, er macht Druck mit dem zweiten Date, das sind eigentlich alles, alles Sachen, wo man aussortieren sollte, ne? Äh, weil seine Aussagen und sein Verhalten nicht zusammenpassen. Ja, genau, das ist eben keine Kontinuität, keine Konsistenz, äh, kein Fortschreiten, ähm, ja, nur ziehst, also, das Einzige, was man letztes Mal wieder sagen muss, du ziehst nicht die Konsequenz raus, ne? Sondern du guckst es dir weiter an und das ist gefährlich, dann bleibt man zu lange drin, ne? Und ich meine, ihr habt Sex und alles, du schenkst ihm deinen Körper, du, du tauscht Energien mit ihm aus und, sei dir da, sei da wirklich, ähm, vorsichtiger, wenn du so in dein Energiefeld reinlässt, so, ne? Ich fühlte einfach nicht, dass er verliebt war, spreche ich ihn darauf an, kamen nur wischiwaschi Aussagen wie, das würde nicht stimmen, das muss ich doch erst richtig entwickeln, ähm, nach ungefähr drei Wochen berichtete er mir, dass er wieder Kontakt zu seiner Ex habe, beziehungsweise sie hätte ihn kontaktiert, also, ich meine, der Typ hat einfach, offensichtlich keine richtige Kontrolle über sein Leben, äh, weiß ich nicht, weiß überhaupt nicht, was er da tut, ähm, und, und ist einfach auch nicht ehrlich, ist einfach nicht ehrlich, ne? Äh, meine ursprüngliche Info war, dass er sie seit über einem Jahr nichts für ihr gehört habe. Am Ende hat sich herausgestellt, dass die beiden eigentlich mit ein paar Pausen ständig im Kontakt waren, er sie sogar während wir zusammen waren getroffen hat, ja, ich denke, könnt ihr jetzt vermuten, dass er ja auch sehr liebessüchtig ist, äh, und, ja, es ist einfach kein gutes Date für dich, ne? Also, um es mal wirklich ganz neutral zu sagen, das ist eigentlich so ein Haufen, äh, Bullshit-Burger hier irgendwie, das, ah, Mann, ey, aber gut, wie gesagt, in Teilen habe ich das auch alles schon erlebt, äh, nein, und zu meinem Ex, oh, seit Jahren kein Kontakt, nein, und dann, äh, ja, war es doch anders, und, äh, aber wie gesagt, das beiden Leute häufig, in dem ich kenne jetzt nicht, aber man, viele Leute machen es einfach auch nicht böse, die, ich weiß nicht, ich denke nicht drüber nach, oder, man hat ja mal tausend Gründe, ne, warum man die Sachen so macht, die man macht, ne? Äh, meine ursprüngliche Info war, dass er seit über einem Jahr nichts von ihr gehört hat, ähm, ach so, hatte ich schon gelesen, also sie waren ständig im Kontakt, er hat sich sogar während wir zusammen waren getroffen. Nichts gehört würde ja bedeuten, dass man, äh, nicht gelegentlich mal schreibt, ja, logisch, das ist einfach eine Lüge, ne? Gut, das muss ja jetzt nicht heißen, dass da auch was gelaufen ist, aber ich will ihm das jetzt ja nicht alles unterstellen, aber, gut, ich meine, ich bin aber, wie gesagt, auch, äh, geprimed, sehr durch diese ganzen E-Mails, ich würde, oh Gott, wenn ich sowas erleben würde, ich würde gar nichts glauben, ich würde auch nicht glauben, dass da nichts gewesen ist, aber wir wissen es nicht, ne? Warum sollte man sich sonst treffen, ne? Max, keine Ahnung. Allerdings erwies sich nicht seine Ex als Problem, sondern jemand ganz anderes, kommt noch, was für mich absolut untypisch ist, ich bin während der Zeit das ein oder andere Mal für meine Verhältnisse regelrecht ausgerastet und habe Szenen gemacht, weil ich dermaßen irritiert war und Gespräche mit ihm vollkommen sinnlos und mich noch verwirrt haben. Ja, 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 weil es ist natürlich auch irgendwie toxisch hier, ne? Muss man auf eine andere Art toxisch. Ist kein fester Grund und trotzdem ist man, sag ich auch immer wieder, man ist selber verantwortlich für seine Ausraster und wenn du Ausraster hast, gibt es irgendwas, was auch du aufräumen musst. Natürlich gibt es einen Träger, aber man sollte dahin arbeiten, dass man nicht mehr ausrastet, weil das macht die Situation nur schwieriger und dann sagt der andere noch, du hast ein Wutproblem und du rastest immer aus und du bist doof und du bist krank und was weiß ich und das ist einfach viel cooler, wenn man so eiskalt feststellt, boah, das tut mir überhaupt nicht gut, fühlt sich bodenlos an, ich könnte jetzt wütend werden, macht es dann aber nicht und zieht einfach seine Schlüsse draus, ne? Ah, jetzt kommt es sogar auch. Dann war ich natürlich diejenige, mit der was nicht stimmte. Genau, das passiert halt so eine richtig typische Mail, nur in krass so, ne? Genau, deswegen. Er schafft es aber immer wieder, mich verbal einzulullen, sodass ich weitermachte und erstmal abwarten sollte. Mit der Zeit merkte ich, dass er wohl sexsüchtig war und parallel auch ein Drogenthema hatte. Spätestens da hätte ich den Absprung schaffen müssen. Ja gut, ich will dich ja ein bisschen coachen hier. Ich würde sagen, viel früher, nach dem ersten Date. Deswegen sage ich, knallharte Standards und Tearbacker beim Online-Dating. Leute, wenn ihr keine knallharten Standards habt, geht ihr viel zu weit, ne? Ist leicht, ist irgendwas komisch, macht Druck, macht Stress, unterwürfig, komisches Gefühl, Bums, next. Anders kann man, glaube ich, heutzutage kein Online-Dating mehr machen, wenn überhaupt. Ich rate ja nicht unbedingt zu, aber muss jeder selber wissen. Da ich aber in der Vergangenheit eher dazu neigte, zu Frühschluss zu machen, wollte ich nicht so schnell aufgeben. Aber also wenn das kein Fall ist für Frühschluss machen, weiß ich es echt nicht. Da musst du echt meiner Ansicht nach überlegen, warum du da so unentschlossen bist. Also das ist so ein, also er ballert hier die Red Flags wirklich in the face, eine nach der anderen. Und also wenn das kein Fall ist für Frühschluss machen, was dann, ne? Da wäre natürlich, kenne ich ja jetzt nicht die Frage, immer wieder zu gucken, hat man sich dran gewöhnt in der Kindheit, dass Grenzen überschritten werden und diese ganzen Sachen. Aber dieser Liebeschipweg ist auch, der hat Kurven, das kann sein. Das hast du ja auch ein bisschen geschrieben am Anfang. Also das ist auch bekannt, dass du es dreimal richtig gemacht hast irgendwie. Und beim vierten Mal, ja, langt man mal wieder daneben. Und das ist so, es ist kein, kein gerader Weg. Aber ich denke, diese Sache wird dich ordentlich weiterbringen und viel strenger machen, bin ich mir sehr sicher. Allerdings hat er mir die Entscheidung abgenommen, unter fadenscheinigen Begründungen, zum Beispiel, du bist labil, das ist dann wohl eine Projektion, ne? Dann die Beziehung beendet, jetzt musst du dich auch noch abschießen lassen. Naja, schönen Dank, ey. Nach einer Woche ging es mir wesentlich besser und ich war recht recht froh, ihn los zu sein. Da mache ich den Fehler, sein Facebook-Profil anzusehen. Warum? Ich weiß ja nicht, wie lange du hier folgst, aber warum? Mach Modul 0, kein Kontakt, keine Informationen, nicht. Also das lese ich so oft, das ist wirklich, das ist wirklich, als wenn du sagst, weiß ich nicht, dass du mal auf die heiße Herdplatte gefasst hast und du machst das zwei Wochen später. Ach, vielleicht ist es jetzt anders. Vielleicht, die glüht zwar, die Herdplatte, aber vielleicht wird meine Haut nicht verbrennen. Wir wissen es nicht. Machen wir doch nochmal eine Probe. Also das, ihr müsst wirklich aufhören, diese Profile zu stalken. Wirklich, ey. Das kann dann so anträgern und dann ist man wieder aus, aus dem Nullkontakt, ne? Dort stand, dass er in einer Beziehung sei und das schon länger, als wir jetzt irgendwie getrennt sind. Nett, netter Kerl. Aber, gut, ein Grund, warum ich immer sage, man sollte da nicht reingucken, ist, dass diese Informationen einen komplett verwirren können, dass, was weiß ich, also weil er ja überhaupt keine klare Linie fährt und auch nicht ehrlich ist, muss nicht mal das ehrlich sein, vielleicht, und wie kann er jetzt so schnell in einer Beziehung sein? Vielleicht hat er das auch mit dir geschrieben, ich weiß es nicht, oder was soll ich, jetzt manchmal steht da ja auch kein Name. Und, also, schwierig da jetzt, keine Ahnung, aber man soll, deswegen sollte man sich diese Profile nicht angucken, ne? Ich, alles ist ein Grund, was ich sage, es hat einfach einen guten Grund, ne? Ich war nur noch entsetzt und wütend, es ist wohl, ah, eine Kollegin, die er schon länger kennt, ah, es war es nicht, du, okay. Okay, jetzt wird irgendwie noch hier ein bisschen besprochen, dass das so ineinander übergegangen ist, mehr oder weniger. Ja, gut, ich meine, er ist offensichtlich auch so ein bisschen Beziehungsjunkie und hat dann gleich, also offensichtlich auch, weiß ich nicht, ich kann mir jetzt ihn nicht vorstellen, so mit einer längerfristigen Beziehung, da war es wahrscheinlich schon wieder langweilig, wird wieder die nächste Klage gemacht, damit bloß kein Tag Pause ist, lässt man das so ineinander übergehen und, ach, was soll man dazu sagen, es ist einfach Dating, Irrsinn und, ich weiß, die Welt ist manchmal echt schlecht, ich kann es auch nicht ändern, aber der einzige Rat, den ich dir geben kann, ist viel, 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 viel strenger zu sein. Viel strenger. Das hat so einen hohen Wert, wie du bist und dass du dein Energiesystem sauber hält und dass du dann deine Welt sauber hältst von Drama, ne, wäre ich viel strenger. Aber ich würde mir da aus dem Scheiß jetzt, ach mein Gott, ey, das ist, ich weiß nicht, also ihr habt jetzt kein Haus zusammen, ihr habt kein Kind zusammen, du bist gesund. Ach ja, das ist abhaken, ey, echt. Mir fällt zu der ganzen Geschichte einfach nichts mehr ein, Vergleichbares habe ich noch nie erlebt. Ja, das finde ich jetzt aber trotzdem, ehrlich gesagt, nicht untypisch im Online-Dating. Vielleicht schreiben mir andere auch mal ihre Story-Highlights runter, also das ist einfach der Irrsinn vom Online-Dating, ne, was soll man sagen, ne. Es ist komisch, grenzüberschreitend und respektlos und ich frage mich, wie es passieren konnte, dass ich trotz meines ganzen Wissens und meiner Vorsicht in der Vergangenheit das Ganze überhaupt mitgemacht habe. Ja, also in letzter Konsequenz kann ich das natürlich auch nicht sagen, aber ich denke, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, dass du hast hier die Vorsicht weggeschoben, obwohl sie, also, aber ich kenne das auch von anderen Klienten, dass sie dann zeitlang durchhalten und dann hat man doch wieder so eine Art Rückfall, sage ich mal, dass man wieder jemanden dateet, der wie Mutti oder Papi war oder Schwester oder Bruder oder was auch immer. Und das musst du für dich analysieren, ne, wo liegt diese Person auf deinem Liebeschip und dann analysieren, warum man das dann vielleicht so lange mitgemacht hat, weil rein vom Verstand her, wie gesagt, hätte es da jetzt keinen Grund zu geben, aber wenn wir das vom Verstand her machen würden, hätten wir natürlich die ganzen Probleme nicht. Also offensichtlich hat er sich irgendwo in deinen Chip reingeschlichen, beziehungsweise du hast ihn reinschleichen lassen und hat dann sein Chaos-Programm halt abgefahren. Das hat aber mit dir nichts zu tun, ne. Mit dir hat nur zu tun, dass du ihn hast machen lassen und das musst du halt für dich einfach schonungslos analysieren, ohne sich da selber runterzumachen oder so. Wie gesagt, ist ja jetzt nichts Wirkliches passiert. Klar, bereust du es wahrscheinlich. Also ich würde auch mal ein bisschen für dich klare Grenzen ziehen, was so, also ich will jetzt nicht moralisch rüberkommen, aber was so Körperlichkeiten angeht, da wäre ich, glaube ich, würde ich, glaube ich, höhere Hürden aufbauen, ganz ehrlich. Und natürlich sich auch entsprechend schützen, ne. Aber hast du ja vielleicht gemacht. Genau, mir kommt es so vor, dass ich nur einmal offener und nicht so misstrauisch war und dann etwas herangehen wollte und zack, totaler Schiffbruch. Ja, offener heißt natürlich nicht. Und ich hoffe, ich habe das jetzt auch, ich verstehe durchaus, wie sowas passieren kann, ne. Also ganz klar, ich habe auch so viel missgebaut in meinem Leben, aber trotzdem, das bringt ja nichts, wenn ich da jetzt so sugarcoat das Ganze. Also die Antwort ist einfach, du hast einfach rote Flaggen missachtet, ne. Guck dir gleich nochmal das Video an mit den vier Meilensteinen einer gesunden Beziehung oder wie das heißt und überhaupt macht man Datingkurs und viel strenger, viel strenger, viel strenger und das hat mit Offenheit nichts zu tun. Das ist einfach, das ist so ein bisschen wie so ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann. Also du siehst diesen Unfall kommen und irgendwie aus irgendwelchen Gründen kannst du nicht weggucken, ne. Du guckst, oh Gott, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und wenn erstmal so Irrsinn passiert ist, dann ist unser Gehirn ja auch so, warum passiert hier Irrsinn? Dann will man es auch rauskriegen und das ist auch ein Teil, wo man manchmal nicht wegkommt, ne. Was ist hier und dann will man, und dann fliegt alles auseinander und dann denkt man ja auch mit Recht, du hast aber wahrscheinlich auch gedacht, wieso macht der mit mir cooler Frau Schluss? Warum machen Männer Schluss? So in der Regel, weil sie mal Neues haben, so, ne. Und klar, dann denkst du, ich kann das alles verstehen, dann denkt man, Scheiße, was geht da ab? Ich gucke mal auf sein Facebook-Profil, ne. Aber das sollte man sich, also, es nutzt wahrscheinlich nicht viel, dass ich das sage, aber man sollte sich das alles sparen, weil das ist so ein Trigger, diese Profile. Und, ja. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woher du jetzt diese ganzen Informationen hattest, ob ihr da nochmal geredet habt. Ich vermute es mal, also, ich kann dir nur, wirklich nur zu null Kontakt raten, also, wirklich, Bote den raus aus deinem Leben, also, ganz ehrlich, ey. Naja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.